Es ist eigentlich ursprünglich damit entstanden, dass ich bei meinen DJ-Sets relativ leere ECM-Parts verwendet habe. Angefangen mit Avo Pert und Tabula Rasa und dann ging das so weiter mit Alexander Kneifel und verschiedenen anderen Sachen. Ich habe auch natürlich auch in vielen Interviews von ECM geschwärmt, also dass man das auf jeden Fall auch mal hören könnte und auch verwenden kann in Sets und DJ-Sets. Riccardo hat mich gefragt, ob ich mitmachen will, weil wir auch hier im Studio vorher schon einiges zusammen auch technisch entwickelt hatten. Wir haben hier auch sehr viele Aufnahmesessions gemacht und da war die Idee noch nicht so gar oder noch nicht so praktisch offiziell im Prinzip. Und dann plötzlich habe ich dann halt irgendwie bei einer Session Benny Maupin anfangen reinlaufen lassen und dann war das plötzlich das erste Stück, was wir dann für für ECM, für den ECM-Remix-Projekt haben verwendet. Weil wir natürlich auch nicht auf die einzelnen Spuren zurückgreifen konnten, weil das natürlich auch ein schwieriger Prozess ist und ich denke auch für ECM sehr schwierig ist, die Einzelspuren zu bekommen. So haben wir uns auf Platten und Produktionen konzentriert, die relativ leer dastehen irgendwie, wo bestimmte Instrumente oder Stimmen oder Atmosphären einfach alleine dastehen. Und nach diesem Auswahlkriterium haben wir die Platten ausgesucht. Es ist im Prinzip so, dass natürlich die elektronischen Herangehensweisen, also die elektronische Produktion von Frequenzen ist eine relativ exakt limitierte Spannweite von Frequenzen und in der Heirat mit den akustischen Aufnahmen, die praktisch irgendwie diese ganzen Atmosphären von Räumen haben und so, ist das schon also praktisch eine Komplettierung von dem, was die elektronische Musik auf eine gewisse Art und Weise nicht hat. Deswegen ist die Idee, akustische und elektronische Musik miteinander zu vermischen, schon für uns irgendwie als Elektronikkünstler schon so einen Schritt weiter in dem, was man als Elektronikmusiker machen kann halt in seinem Ausdruck. Wenn wir ein Stück verarbeiten, liegt erstmal die Auswahl von einem bestimmten Teil aus dem Stück, das wir bearbeiten wollen. Und dann bauen wir unsere Maschinen hier im Studio eigentlich so auf, dass sie auf dieses vorhandene Element reagieren. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass wir selbst Elemente programmieren, sondern das klangliche Ergebnis wird von dem ursprünglichen Element gesteuert und beeinflusst, auch wenn sich hinterher komplett anders anhört oder auch was ganz anderes dabei rauskommt. Aber der Ursprung liegt doch meistens sehr stark in dem Originalmaterial. Bei jedem morgendlichen Anfang mit dem und dem, mit der und der Vorlage hat man versucht, das miteinander zu kombinieren, auf eine gewisse Art und Weise, dass es zusammenpasst und dass sich beide Seiten relativ viel Luft lassen. Deswegen ist das Album ja auch relativ ambientös geworden. Es ist wirklich ein sehr vorsichtiges miteinander Umgehen der beiden Welten. Wir hatten hier das erste Treffen mit Manfred, als wir erst vier oder fünf Stücke fertig hatten. Und dieses erste Zusammentreffen hat uns natürlich dazu ermutigt, weiterzumachen, weil wir natürlich erstmal auch nicht so viel Informationsfluss hatten zwischen beiden Seiten. Und wir wussten nicht genau, was wir dürfen, was wir verwenden dürfen, was wir nicht verwenden dürfen. Das war mehr oder weniger immer so ein Gerücht, das dürfen wir wohl nicht verwenden, das dürfen wir wohl schon verwenden. Und dann, als er hier da praktisch die Stücke gehört hat, haben wir so eine erste Absolution dafür bekommen, für das Projekt halt. Ich glaube, dass auf jeden Fall wir dieses ätherische, diese raumnutzende Musik irgendwie mit wenig Kompression, dass wir diese Ästhetik auf den, also praktisch auf den Punkt gebracht haben, in unserer Musik auf jeden Fall. Und er hat das natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch erkannt, dass das möglich ist mit seiner Musik. Und deswegen hat er uns natürlich dann auch ermutigt, weiterzumachen und hat uns auch gesagt, dass wir natürlich auch alles Mögliche verwenden können, was uns einfällt. Im Prinzip ist das so ein ähnlicher Aspekt wie in der Jazzmusik auch, dass man halt einfach spontan aufeinander eingeht und versucht, einen Klanggeflecht zu produzieren. Und im Prinzip ist es bei uns auch so. Wir haben keine Arrangements oder keine gewissen Teilabschnitte der Lieder, sondern es ist wirklich ein komplettes Improvisieren, wo die ganzen Sachen auf eine gewisse Länge geloopt sind und sich immer wieder wiederholen und auf eine gewisse Art und Weise miteinander vermischt werden. Und das Mischpult wird natürlich auch zum Instrument und natürlich auch das Modular, also Synthesizer. Und das ist dann natürlich das, was die Improvisation in dem Moment ausmacht, auch weil wir halt immer am Aufnehmen sind. Wenn ich selber zum Beispiel auch live spiele, da sehe ich eigentlich keine unterschiedlichen Komponenten zwischen, für mich persönlich, zwischen so genannter handgespielter Musik und einem Synthesizer. Also für mich ist das im Prinzip eigentlich ein Musikinstrument, genauso wie eine Geige. Wir haben auch geplant, zum Release der Platte ein paar Live-Konzerte zu machen. Wahrscheinlich nur mit Elektronik, aber für die Zukunft könnte man uns schon vorstellen, mit Musikern von ECM auch mal zusammenzuarbeiten für live. Ich glaube, dass der Komponenten-Club für die Menschheit extrem wichtig ist, weil es einer der wenigen Orte ist, wo es noch kollektive Situationen, wo Menschen zusammenkommen, auf eine friedliche und praktisch fruchtbare Art und Weise aufeinander wirken. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die man auf jeden Fall noch weiterentwickeln muss. Es ist halt so, dass zum Beispiel jetzt praktisch die reine Rhythmusstruktur zwar im Club die Energie liefert, aber was natürlich im Club oft vermisst wird, ist eine Gefühlsebene. Also eine Gefühlsebene, die beim Musik hören oder beim Melodien hören oder Sound hören, halt plötzlich bewusst und unterbewusst im Menschen vonstatten geht. Und das ist das Tolle an der ECM-Musik, dass sie halt auf eine sehr inoffensive Art und Weise an den Hörer rangeht, um ihn praktisch in diese Gefühlsebenen zu beamen. Und das ist das Interessante an dem Projekt, dass wir halt praktisch irgendwie diese verschiedenen Welten dann halt irgendwie verheiraten und praktisch in unsere Musik oder in meine Musik, in der rhythmischen Musik halt diese Gefühlskomponente mit reinbekommen. Auf Wiedersehen.